wenn wir das tun dann am besten gleich der jetzt gleich abgestimmt haben wir aber wir sind zu viel andere spieler ja aber ich das kann ja sein dass das bots sind was das richtige spieler sind reklubiert haben wir waren irgendwie nur hier beide so senke die brüte wir müssen weiter du kannst ja echt mit Kim und Korn jetzt schießen, das war bei Left4Dead nicht so überschlossen einer down oder? bin tot ah warte mal, ich werde dich wieder überlegen wo liegst du? ich weiß nicht, ich bin irgendwie durch die Decke gefallen oder irgendwas ok seh ich auch gar nicht mehr eben stand da noch Fragman irgendwie so doch, jetzt seh ich dich aus aber wo bist du da durchgefallen? ich hab keine Ahnung warte mal, ich glaube wir können dich alle verlieren ich glaube, irgendwer rettet dich, kann das sein? warte mal, 35 Meter zum retten ach nein hier drüben ich muss mich bedanken wurdest du aufgehoben? ja war sehr gut ist da draußen noch jemand? wir brauchen Hilfe wir brauchen Hilfe wir sitzen in der Falle schon gut, wir hören euch nur Gott sei Dank wir dachten schon, nur wir wären noch übrig wir brauchen dringend Hilfe wir sitzen fest in der alten aber ich kann es nicht vernünftig spielen, bei mir fließt das Spiel immer wieder zwischendurch jetzt hat hier etwa niemand das schießen beigebracht, Walker? was besser auch, wo du dich hinstellst du stehst nicht mehr auf Alter, die sind so viele Zombies hier hab ich ja gar nicht das ist wirklich besser ein Hordenspiel denn die Nahkampfwaffe ist echt gut, äh aber wie wählt man die aus? 1 ist da eine primäre Waffe und 2 müsste die, die man gleich am Anfang bekommen hat da habe ich irgendwie einfach nur eine Pistole ah ok, alles ist dran cool was hier wohl drin ist, war das nur ein Schatten? oh hier gibt es noch ein neues Gewehr, das ist auch gut allein herumirren, toller Fahrer gibt es auch Munition bin jetzt hier in so einer Kammer drin hier unter dem LKW, da gab es ganze Munition, aber wie schon alles geht weiter ja naja wisst ihr, das sind echte, äh äh sind echte, oder? ja, der hat hier gerade geschwiegen wo ist denn die Großen? oh, jetzt kommen die Großen ah, ok das sind diese Blocker, ne? die sind da auch neu die kleben an der Wand okay die schließen einen mit irgendwie mit so einem Klebezeug weil sie manchmal nicht bewegen, ja echt übel mach die scheiß Tür zu! da ist nix dem geht's sicher gut haben wahrscheinlich Spaß da draußen rennen rum sammeln Kram ein werden wir fressen so, erreiche den Schutzraum hier ist der Schutzraum Elva, ich bin nämlich am LKW da noch runter gegangen und dann haben wir am LKW abgeschlossen ah, cool am LKW gab's ja ganz viel Munition unten in so einem Raum neue Waffe, Munition ok so, abgeschlossen verbleibende Vorfahren 3 Vorratspunkte 18 siehst du, jetzt haben wir Vorratspunkte bekommen die brauchen wir denn wahrscheinlich ja hast du auch auf bereit geklickt mhm sehr gut so, fragment hat dich in der Gruppe angeschlossen wenn du unter 20% gesundheit bist boah, diese scheiß Ladezeiten sind immer zu schnell so verdammt, verdammt, verdammt ist das ein Fairdan? Bindestkarten? ach, ist ja irgendwie ach, ist ja irgendwie bereit die Machete, die ich habe, die ist gar nicht schlecht die Machete, die ich habe, die ist gar nicht schlecht ich glaube ich glaube Surfing Duck schläft gerade, oder? ja Zombies klopfen schon was ich komisch finde, du kannst es sogar als Singleplayer spielen aber dann wahrscheinlich Singleplayer immer nur mit 4 Leuten dann, ne? ich nehme mal an, ja ich nehme mal an, ja ah, Surfing Duck ist da wär gut so, was haben wir denn ist jetzt der Zeitpunkt ein paar Probleme anzusprechen? wie den Typen, der in der Ecke in seiner eigenen Pisse kauert ich hab euch nicht eingeladen am besten geht ich die Tür ist doch eindeutig er kommt rein nehmt schon was hier drauf mit Haus ab oh viele schöne Zombies zusammenrücken du hast recht, Holly ist ein Bot, ne? das steht jetzt fort ja ich kann mir nämlich auch nicht vorstellen die müssen ja dann sozusagen, wenn keiner online ist, das irgendwie stopfen, ne? na ja ich ziehe mal meine Leute an oh, oh, wow was ist denn? ja oh, ich stehe mal 아주 gut período keine Michweilers immer haben wir Cart兩 ich habe jetzt abgauen toll nicht mal ganz fertig gemacht hier ist noch munition was haben wir denn hier ich habe jetzt zwei waffe in der maschinengewehr das flasche ist hier kann man einsammeln das nehme ich Da sind ja die Zombies bei Hand ja in weißen Knau entgegen. Ja. Also heile dich am Erste-Hilfe-Schrank in neun Metern. Ich weiß gar nicht wie man, wie man hier den Gegnern zeigt oder was ist, aber mit der Maustaste geht es nicht, ne. So verwandt. Gehen hier rein. Gehen die Zombies schnell ey. Musst ja echt aufpassen. Wo schießt du hin? Ja, du musst nicht von mal ne Plinte laufen. Echt? Zieh lieber bevor du schießt. Das war ein Versehen. Ich schwörs, ein Versehen. Ja, rechtfertige dich nicht, der ist dir vor die Knarre. Genau. Na, sieh mal einer an. Absoluter Sackgasse. Oh, hier gibt's. Was haben wir denn hier? Kann man ne Waffe tauschen? Wo schnappladen? Ah, Fitter! Was wer? Jetzt aber zurück zum Team. In Horrorfilmen gibt es diesen Moment, wenn man nur schreiben will, geh nicht in den Keller. Ja. Genau das macht mein Gehirn der Schaden. Niemand kann nur kein Nein akzeptieren. Ich bin schon der Kumpel auf einen Neuen. Oh, unser Freund ist wieder da. Oh, jetzt ist er lieber. Ja. Du hast schnell gestorben. Weg nicht! Lade nach! Er hat ja nicht mehr viel. Ne. Alleine Reste irgendwie von beiden. Genau. Nicht voraus! Tun wir's. Wir kommen näher. Ich kann von hier fast unser Zuhause sehen, als das unser Zuhause ist. Nur noch ein Letzter. Du sag doch dieses Wort nicht, Mann! Welches denn? Letzter! Es hat ja etwas Endgültiges! Wo schießt du hin? Hat doch jemand Hühnersuppe? Hier geht's. Fließt das bei dir immer noch? Ha? Oder was? Ne, äh, du hattest doch gesagt, fließt irgendwie so ein bisschen. Ja, ich geh im Moment, also. Was für ne Scheiße! Naja, ich geh da! Wer hat denn da? Na, Na! Na, Na! 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 oder sie ist shotgun munition klappe kisten sind am besten und die war verdammt knapp abgeschlossener fix ja und wie findest du es ja bestimmt spaß also später mal wenn man jetzt wenn es noch weiter ausgebaut wird oder so eine momentan finde ich zwar auch cool aber ist halt so einfach so reines gemetzel das ja aber so wird es auch bleiben ja also ich finde so die war hand so was wie mit strategie noch besser auf jeden fall ja ich auch vielleicht wollen wir es lieber spielen hand ja dann noch ein bisschen davon hier wir können ja hier noch ein bisschen drin bleiben und dann müssen wechseln waren also alles ist echt so dass sonne also ich da finde ich sogar zombie army noch besser irgendwie weil das so viele optionen hat dann bei zombie army ist es noch so hast ja dann sag ich mal auch noch so verschiedene moves irgendwie und verschiedene waffen und dann explodieren die und dann kommen schreien die selber die zombies und das ist hier alles noch so sehr eintönig finde ich ja das stimmt und ich finde es immer blöd wenn du mit vier leuten zockst die sag ich mal die du jetzt so nicht kennst wenn du jetzt einmal vier leute im teamspeak hast oder so dann könntest du auch mal sagen ey komm frei dich mal oder so oder lass uns mal da lang gehen für trimax war das gestern so die haben dann so eine vierer gruppe gab nicht schön ganz cool kann man eigentlich zu die 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 einfach weg schießt. Ja das stimmt. Wir spielen ja auch auf der leichtesten Stiefel glaub ich ne? Ja genau. Den Truck gibt's ohne Munition aber. Weiß nicht ob du's nehmen kannst. Jo doch, danke. Ah ne ist der Shotgun Munition. Da hat er keine Shotgun. Hey, kreis Feuer. Gerade nach! Gas, Digger! Ich weiß nicht was ich in der Nacht kann, aber unsere Siedlung ist verloren. Die Fizierten haben sich verändert. Hier. Ich wiederhole, Evansburg ist verloren. Keine Überlebende. Hey, was hab ich dir denn getan? Alles ok. Die Frage ist halt immer bei solchen Sachen, wann machen die dann Spaß, sag ich mal, wenn man die in Multiplayer mit mehreren Leuten wahrscheinlich player zockt oder so. Aber, ich finde das ist so ein bisschen wie das eine Game, was wir schon mal gezockt haben mit den ganzen Zombies. Ja, das hier ist Sammo oder so. Ja, richtig. Ja, richtig. Wenn ich vorher auch noch rein ist, im Letzte irgendwie muss. Ja. Ob man daraus nen Multiplayer machen muss und nen Singleplayer machen muss. Viel Liebe bevor du schießt. Im Modus hätt ich mir mal ein Days Gone gewinnt. So zur Abwechslung. und bei dieser Abwechslung. ich hab ja noch gar nicht geworfen hast ihn geworfen ja genau genau in den schuss rein immer mit der roh ich hab auch gegeben ich hab den buch übernehmen rücken um die früge das nehme ich danke so ich habe eine panzer auf den musikantenknochen ja ganz nice aber jetzt nicht so schlimm meine ist so ein bisschen akade du gehst rein du kannst ich finde ich fehlt da was das brauche wie wir es mit rüber die 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 Mach das nochmal und ich bin...